Ernst Wolf, wer steckt hinter der Woke-Agenda? Drei Jahre lang ist unsere Freiheit im Namen der Gesundheit immer weiter eingeschränkt worden. Momentan beginnt ein ähnliches Regime im Namen des Klimawandels. Die eigenen Reihen schließen und alle Konzernführer, Medienvertreter, Politiker und Wissenschaftler, die die Agenda nicht voll und ganz unterstützen, ins Abseits stellen. Hier kommt die Woke-Agenda ins Spiel. Sie funktioniert, indem sie die Interessen gesellschaftlicher Minderheiten aufgreift, sie bis ins Groteske übertreibt und dann als Druckmittel gegen einzelne Personen oder ganze Bevölkerungsteile nutzt. Und ich will das nicht immer so rüberbringen, als ob ich transphob bin oder homophob, dass ich die Menschen verurteile oder sowas. Nee, nee, ich vermute nur mehr dahinter. Ich vermute was dahinter, was uns als Gesellschaft, als Menschheit langfristig nicht gut tun wird. Der italienische Schriftsteller Ignacio Silone hat einmal gesagt, der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. 6, 8, wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus. Von mir und vom einzig wahren Love-Stream seht ihr oben in der Ecke quasi. Da werden hoffentlich gleich immer noch Herzen reingeschickt. Ich küsse euer Herz. Auf jeden Fall gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt, Ernst Wolf, wer steckt hinter der Woke-Agenda? Der aktuelle Kommentar, 26.06.23. Ich bin gespannt, was der Ernst hier heute zu erzählen hat. Habe ich im Discord gefunden. Gerne weiterhin auch Video-Vorschläge in den Discord reinsenden. Wichtig und richtig, meine lieben Freunde. Link dazu unten in der Beschreibung unter Discord. Und dann bitte weitere interessante Dokumentationen, interessante Videos, auf die man reagieren kann. Über alle Themen. Über Bewusstsein, über Medizin, über irgendwelche Theorien, über antike Zivilisation. Egal, was euch interessiert und wo ihr sagt, das könnte zu deinem Content passen. Bitte in den Discord reinschicken. Lasst den Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Jetzt gehen wir rein ins Ernst Wolf-Video. Gib mir die Ernst, die Vibes. Let's go. Wer steckt hinter der Woke-Agenda? Das ist eine gute Frage, mein Jutz da. Ein Kommentar von Ernst Wolf. Wir leben in einer historisch außergewöhnlichen Zeit. Mit dem digital-finanziellen Komplex ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Kartell entstanden, das sämtliche frühere Kartelle in den Schatten stellt. Noch nie in der Zeit. Das ist wie so eine neue Religion mäßig, dieses Woke-Thema. Es ist so, man vereint sich da und man sagt, wenn du im Woke bist, dann musst du bei all diesen Themen, wo wir sagen, das ist jetzt Woke, musst du übereinstimmen. Sonst bist du nicht woke und sonst gehörst du nicht dazu. Das ist schon eine heftige Entwicklung und ich glaube, es liegt auch voll daran, dass Glaube nicht mehr richtig da ist. Vor allen Dingen so Glaube an Gott und an diese ganzen Geschichten nicht mehr richtig vorhanden ist und die Leute sich nach irgendwas Neuem sehen und sich dann da wiederfinden. Und es hat auch ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass die Familien nicht mehr so stabil funktionieren etc. Und dass jetzt quasi ein Ersatz gesucht wird für das, was früher mal eine Religion war oder der Glaube an Gott war. Es ist eine schwierige und eine gefährliche Entwicklung, glaube ich auch teilweise. Und ich will das nicht immer so rüberbringen, als ob ich irgendwie gegen, ob ich transphob bin oder homophob. Oder das nicht so, dass ich die Menschen verurteile oder sowas. Nee, nee, ich vermute nur mehr dahinter. Ich vermute was dahinter, was uns als Gesellschaft, als Menschheit langfristig nicht gut tun wird. Deswegen spreche ich mich dagegen aus. Und ich spreche mich nicht gegen den einzelnen Homosexuellen aus, der sich jetzt entschieden hat, keine Ahnung, das gleiche Geschlecht irgendwie sich selbst an den Start zu fahren für sich so. Weißt du, wie ich meine? Das nicht falsch verstehen, Freunde. Die Geschichte der Menschheit haben so wenige Menschen so viel Geld und so viel Macht in ihren Händen gehalten wie heute. Die in den 1970er Jahre einsetzende Finanzialisierung der Weltwirtschaft hat dazu geführt, dass die Großbanken der Wall Street ihre Macht an die großen Vermögensberater mit BlackRock und Vanguard an der Spitze abgeben mussten. Mit den Digitalkonzernen Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Facebook ist in der gleichen Zeit eine neue Großmacht entstanden. Beide Kräfte zusammen beherrschen heute nicht nur sämtliche übrigen Großkonzerne, sondern auch, wie wir in den letzten drei Jahren erfahren haben, Medien, Wissenschaft und Politik – und das weltweit. Ein solch gigantischer Machtzuwachs bringt aber auch Probleme mit sich, vor allem dann, wenn das Ungleichgewicht zwischen der winzigen Elite und dem Rest der Menschheit so drastische Ausmaße annimmt wie in unserer Zeit. Noch schwieriger wird es, wenn das Geldsystem, das den Aufstieg der wenigen ermöglicht hat, nicht mehr funktioniert und durch ein neues ersetzt werden muss, das zudem auch noch alles andere als demokratisch ist. Dann muss man in die Offensive gehen und schnellstmöglich autoritäre Zustände herbeiführen. Genau das erleben wir zurzeit. Drei Jahre lang ist unsere Freiheit im Namen der Gesundheit immer weiter eingeschränkt worden. Momentan beginnt ein ähnliches Regime im Namen des Klimawandels. Die dazu erforderlichen Zwangsmaßnahmen müssen allerdings ideologisch begleitet und der Masse gegenüber begründet werden. Zudem muss man die Menschen von den wirklich wichtigen Vorgängen hinter den Kulissen ablenken und, das ist vielleicht das Allerwichtigste, die eigenen Reihen schließen und alle Konzernführer, Medienvertreter, Politiker und Wissenschaftler, die die Agenda nicht voll und ganz unterstützen, ins Abseits stellen. Das ist krass, okay. Das ist ja auch so heftig, wenn du den Menschen gemachten Klimawandel, wenn du dagegen was sagen möchtest, beziehungsweise dich dafür aussprechen musst, musst du auch LGBTQ supporten und die ganzen anderen Sachen, weil sonst bist du nicht woke, bro. Ne? Wichtig. Genau hier kommt die Woke-Agenda ins Spiel. Sie funktioniert, indem sie die Interessen gesellschaftlicher Minderheiten aufgreift, sie bis ins Groteske übertreibt und dann als Druckmittel gegen einzelne Personen oder ganze Bevölkerungsteile nutzt. Das ist wahr, bro. Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Bewegung zeigt, dass sie von mächtigen Kräften ins Leben gerufen wurde. Begonnen hat sie mit Black Lives Matter, einer vermeintlichen Bürgerrechtsbewegung, deren Unterorganisation... Krass, hat das wirklich alles mit der Situation angefangen, oder was? ...2016 und 2022 allein von der Ford Stiftung 100 Millionen Dollar erhalten haben. Das ist so krass, Decker. Von der Ford Stiftung 100 Millionen Dollar unterstützt. Bro. Teilweise von Leuten unterstützt, die damals in ihrer eigenen Blutlinie Sklaverei hatten. Weißt du, wie ich meine? Das ist so widersprüchlich teilweise, welche Leute das gepusht haben und wie die finanziell unterstützt wurden und so. Was auch extrem traurig ist, gerade für mich als ein Bruder, der auch schwarz ist und der mit Rassismus zu kämpfen hatte und sich auch teilweise irgendwie gefreut hat, dass endlich mal Leute aufstehen, auch für uns. Weißt du, weil wir auch schon seitdem es uns gibt, unterdrückt, versklavt und als schlechtere Menschen dargestellt werden. So, weißt du? Und wenn man dann rausfindet als ein Bruder, dass diese ganze Agenda, dass dieses ganze Thema auch gepusht wird von Leuten, die eigentlich nicht das Interesse des Schwarzen im Vordergrund haben, sondern einfach nur Unruhe in der Gesellschaft stiften wollen, dann ist das auch erstmal eine Sache, wo man... Das ist traurig, weißt du, wie ich meine? Das ist auch hart. Das ist auch schwierig, erstmal auch damit überhaupt klarzukommen und das zuzugeben für sich selbst auch so. So, weißt du? Das ist schon krass, wie diese Themen genommen werden und indoktriniert werden von Menschen, die gar nicht wirklich das Interesse daran haben, was Gutes zu tun, sondern einfach nur Unfug damit machen, so weißt du? Später kam es dann zur MeToo-Bewegung, deren zahlreiche Stiftungen zweistellige Millionenbeträge einnahmen und zu deren Großspender neben Google und dem Fernsehsender CBS ebenfalls die Ford-Stiftung gehört. Inzwischen ist es um Black Lives Matter und MeToo etwas stiller geworden, das hat seinen Grund, denn inzwischen dürfte die LGBTQ-Plus-Bewegung... Ja, 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 ja... ...die wichtigste Rolle innerhalb der Woke-Agenda spielen. Sie wird vor allem... Sag dir ehrlich, wie es ist? Ich hab mich am Anfang damit schwergetan, dieses Black Lives Matter-Thema kritisch zu hinterfragen, so. Weil ich natürlich schwarz bin, Dicker, und selber mit Rassismus zu kämpfen hatte, weißt du, wie ich meine? Und dann bist du erstmal emotional in dem Thema drin, so. Und es sind einige, oder waren einige, so. Weil natürlich wir das Bedürfnis danach haben, auch mal, dass uns eine Stimme gegeben wird, so, weißt du? Aber wenn du dann mitbekommst und hörst teilweise von Leuten, ey, Bro, das ist indoktriniert und das ist, das ist, das ist nicht so, wie es aussieht und so, dann bist du, dann halt wehrst du dich auch erstmal dagegen. Ich hab mich auch erstmal dagegen gewehrt, so, bis ich dann selber ein bisschen in die Recherche reingegangen bin und dann teilweise selber Geldströme gesehen hab und Dinge gesehen hab, wo ich mir selber dachte, so, okay, hm, fühlt sich komisch an, ist komisch irgendwie. Der 1980 gegründeten Human Rights Campaign angetrieben, die der Woken Entwicklung eine ganz neue Dimension verliehen hat. Sie hat nämlich den Corporate Equality Index aufgestellt, der Konzerne danach beurteilt, inwieweit sie den Ansprüchen der Woken Moral genügen und der mittlerweile unter anderem vom Finanzgiganten BlackRock und zahllosen Großkonzernen übernommen wurde. Welche Auswirkungen dieser Index haben kann, hat Reed Hastings, der Gründer und CEO von Netflix, gerade am eigenen Leib erfahren. Nachdem er nicht verhinderte, dass der schwarze Komiker Dave Chappelle auf Netflix das N-Wort benutzte, wurde Netflix im Corporate Equality Index zunächst um 25 Punkte heruntergestuft und kurz darauf ganz aus der Liste entfernt, sodass sich Reed Hastings gezwungen sah, seinen Posten zu räumen. Hier aber wird es interessant. Netflix drittgrößter Aktionär ist nämlich niemand anderes als BlackRock. Der zweitgrößte ist Vanguard und Vanguard ist, wie inzwischen allgemein bekannt, Hauptaktionär von BlackRock. Warum aber handelt die größte Finanzmacht der Erde hier gegen ihre eigenen Interessen? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Man nimmt kurzfristige Verluste in Kauf, um ein langfristiges Ziel zu erreichen und das lautet, Macht demonstrieren und den führenden Kräften in der Finanz- und Wirtschaftswelt zeigen, entweder ihr fügt euch oder wir sorgen dafür, dass ihr geht. Wie erfolgreich diese Strategie ist, zeigt sich an den Reaktionen anderer Unternehmen. So wurden Anheuser-Busch-Inbev, der größten Brauereigruppe der Welt, erhebliche Verluste zugefügt, als ein Trans-Influencer namens Dylan Mulvaney auf seinem Instagram-Kanal Werbung für Budweiser Light, eines der beliebtesten Biere in den USA, machte. Statt sich empört dagegen aufzulehnen, belies es der CEO von Anheuser-Busch-Inbev lediglich bei dem Hinweis, die im Video präsentierte Dose sei nicht für den Verkauf an die Öffentlichkeit vorgesehen und es handele sich bei dem Video nicht um eine Bud-Light-Kampagne. Anders als Hastings verhielten sich unter vielen anderen die CEOs von Adidas, North Face und Target, dem nach Walmart zweitgrößten Discounter der USA. Sie gingen sogar in die Offensive und schalteten selbst woke Werbung. Adidas wartete mit einer Pride-Collection auf, Target warb für Badeanzüge, in denen Trans-Personen ihr noch vorhandenes Geschlechtsteil verstecken können. Dieser Informationen die Augen wischt und meint, das alles sei zu grotesk, um wahr zu sein, dem sei empfohlen, sich einmal auf die Website der Human Rights Campaign zu begeben und deren Partner anzuklicken. Dort findet sich eine Liste von Großunternehmen, zu denen unter anderem... Heutzutage darfst du gar nicht mehr konservativ sein, meine lieben Freunde, ja. Bist du konservativ, dann bist du ein, dann bist du, dann bist du, bist du, dann musst du bekämpft werden. Weißt du, du darfst nicht mal sagen, ey, ich möchte nicht, dass irgendwelche Trans-JungsInnen vor meinen Kindern rumtwerken, Bro. Will ich nicht. Könnt ihr das bitte lassen. Oh, das ist ein homophober rechter Verschwörungstheoretiker, den müssen wir, den müssen wir an den Rand der Gesellschaft drücken. Und das ist die Entwicklung, die ich nicht geil finde, Digga. Lass doch jeden für sich entscheiden, was er möchte und was nicht. Zwingt doch keinen Menschen irgendwas auf, so. Und ich sag dir ehrlich, es gibt doch gar nicht so viele Leute, die sich dieser LGBTQ und vor allen Dingen auch dieses Zusammenfassen von LGBTQ+, doch die alle in einen Topf reingeschmissen werden, so. Ich kenn konservative Homosexuelle, so. Die nicht wirklich, äh, 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 diese ganze Woke-Agenda supporten und unterstützen, sondern da eine andere Meinung haben, so. Die haben nix mit den Leuten zu tun, die zum Beispiel T oder Q sind oder was auch immer so. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, wird alles in einen Topf reingeschmissen und die sind jetzt alle so. Und das ist halt, und es gibt doch gar nicht so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sich dazugehörig machen und die sagen so, ey, ich bin, ich, 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 ich bin das jetzt so, weißt du? Das ist ein kleiner Teil der Gesellschaft und die dürfen das auch tun und mit denen sollte man auch nicht schlechter umgehen, weil die das tun, aber hört auf, das uns allen in die Fresse reinzudrücken die ganze Zeit. Und vor allen Dingen auch unseren Kindern so. Das ist, das ist too much, weißt du? Wenn du dann zur Fußball-WM gehst, irgendwo in irgendeinem Land so, wo die ihre eigenen Regeln haben und denen dann LGBTQ auf die, auf die, auf die so vorschreiben willst, ey, ihr müsst das jetzt auch leben, weil sonst seid ihr schlechte Menschen. Das ist einfach, warum, Digga? Was hat jetzt Fußball damit zu tun, Bro? Die folgenden gehören Apple, Amazon, Google, Microsoft, Intel, JP Morgan, Goldman Sachs, Pfizer, PayPal, Airbus und Mastercard. Fast alle diese Unternehmen haben eines gemeinsam, BlackRock und Vanguard zählen zu ihren Hauptaktionären. Die Vogue-Agenda hat übrigens zwei wichtige Nebeneffekte. Zum einen schafft sie es aufgrund ihrer maßlosen Übertreibungen, seriöse Bürgerbewegungen, die für Frauenrechte, gegen Rassismus und gegen die Diskriminierung... Das ist es, da macht er einen sehr wichtigen Punkt. ...und Randgruppen antreten, ebenfalls ins Abseits zu stellen. So, damit tust du alle unter einen Kamm scheren, so. Auch die, die wirklich ein Interesse daran haben und die wirklich was verändern möchten, so. Zum anderen führt die... Es wird damit ausgehebelt, quasi. ...und erweist sich damit als hervorragender Wegbereiter für zukünftige Einschränkungen. Der italienische Schriftsteller Ignatio Silone hat einmal gesagt... Der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Mhh, uuuh, wichtig. Ignatius, der Jutzte. Heute wissen wir... Sehr stabiler, sehr stabiler, stabile Quote. ...in welcher Verkleidung er auftritt. Im Gewand eines ultraautoritären, woken Gutmenschentums. Stark, Digger. Erinnert mich ein bisschen so an die CanFM-Vibes von damals, ne? Der macht auch so CanFM-mäßige... Also es war jetzt ein Kommentar... Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was war denn das jetzt hier? Ernst Wolf. Das war jetzt ein Kommentar von Ernst Wolf, aber von jemand anderem vorgelesen, quasi. Richtig? Liebe geht auf jeden Fall raus an den Jutzten Ernst Wolf. Sehr starkes Video, fand ich sehr gut. Gut zusammengefasst, gute Themen gebracht. Liebe geht raus an Ernst Wolf, an die ganze Community, an seinen Kanal. Und auch an meine Community natürlich, an die YouTube-Community. Ich küsse euer Herz, eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Apollut wurde von CanFM gegründet. Ach, das war auf Apollut. Aha, jetzt. Ah ja, okay. Deswegen hat mich das auch an die Kenny-Vibes erinnert. Okay, 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 okay. Der hat das einfach nur auf seinen Kanal hochgeladen. Jetzt habe ich es verstanden. Tschüss. ... ... ...